Jetzt ist noch nass an, solange es grün zeigt. So, ich sag noch mal, wo die Böbel mit ist. Das heißt, die Bereitung ist 12, 13, 15. Da ist auch wieder Pause, genau. Pause? Heißt, er nimmt es nicht aus. Ach so, und dann machen wir wieder aus? Ja. Und dann kommt, also ich bin noch 130 und der Dieter ist zu, ich weiß nicht. Aber kannst du Dieter noch Zeit auch noch mal fragen? Kann schon noch mal. Also warte, jetzt mach ich nicht selber vor. Also ich mach halt immer aus, weil die Ratschung nicht so lange ist. Jetzt probier schon, der Dieter ist ja da. Die Klappe. Weil ich geh jetzt langsam mal vor. Wo ist die Klappe? und der Friedberg hängt an der Schnur heraus. Please, please!